Herzlich Willkommen auf dem Kanal Coding Goose. Heute geht es um Svelte. Svelte ist ein Single-Page-Application-Framework, ähnlich wie React, Angular oder Vue. Was vor allem für Svelte spricht, ist dabei die extreme Geschwindigkeit. Diese kommt dadurch zustande, dass im Gegensatz zu React oder Angular der Nutzer keinen zusätzlichen Code herunterladen muss. Es wird lediglich euer Code durch den Svelte-Compiler ausgeliefert, was natürlich zu einer extrem kleinen Bundle-Size führt. Ein weiterer Pluspunkt für Svelte ist die entwicklerfreundliche API, denn nicht umsonst hat Svelte in einer Stack-Overflow-Umfrage als das meistgeliebte Frontend-Framework abgeschnitten. Jetzt wisst ihr also, warum Svelte der neue heiße Scheiß ist. Aber wie verwenden wir es nun? Ein Svelte-Projekt könnt ihr ganz einfach per NPM initialisieren. Den Befehl dafür packe ich unten in die Beschreibung. Dann müsst ihr nur noch in den Projektordner navigieren und dort die NPM-Dependencies installieren. Ist das passiert, könnt ihr den Entwicklungs-Server einfach per NPM-Rundev starten. So oder so ähnlich sollte dann eine leere Svelte-Applikation aussehen. Was wir in diesem Tutorial kreieren wollen, ist quasi ein Mock von so einem E-Commerce-Shop, wo wir hier verschiedene Produkte haben und noch eine Produkt-Detail-Bereich-Seite. Und dann soll man die quasi einfach in den Warenkorb tun können, sodass sich oben der Warenkorb aktualisiert. Natürlich alles nur gemockt. Und dann soll es halt verschiedene Seiten gibt, zu denen man navigieren kann. Wie bei eigentlich allen Single-Page-Application-Frameworks bildet die Basis für so eine Anwendung verschiedene Komponenten. In Svelte besteht eine Komponente aus einem Komponent-Name und der Endung Dots-Welt. Der innere Aufbau so einer Komponente besteht aus einem Script-Tag. Da habt ihr dann quasi die Logik für die Komponente, einem Style-Tag. Dort schreibt ihr alle CSS-Regeln und in der Mente könnt ihr einfach beliebig viel Markup unterbringen. Beispielsweise kreieren wir jetzt hier einfach mal einen Header mit dem Titel für unseren Shop und einfach mal ein paar Links. Hier kommt unser Warenkorb-Bild hinzu und dann den Counter, wie viele Produkte gerade im Warenkorb sind. Unten style ich dann das Ganze. Das ist jetzt halt einfach ein Beispiel-Style. Da habe ich mich ein bisschen auf der Seite Dribble inspirieren lassen. Möchtet ihr diese Komponente dann verwenden, platziert ihr einfach an einem beliebigen Ort ein neues HTML-Element mit dem Namen der Komponente und importiert die Komponente dann noch aus der Svelte-Datei. Hier sehen wir, wie der jetzt unser Beispiel-Header aussieht. Nach diesem Schema baut ihr dann alle UI-Blöcke eurer Applikationen und schachtelt die dann beliebig ineinander. Möchtet ihr in Svelte hartcodierte Daten, wie beispielsweise diesen Titel des Produktes, dynamisch rendern lassen, erstellt ihr in einer Komponente einfach eine Konstante beispielsweise mit dem Titel und dort, wo ihr das Ganze hartcodiert habt, schreibt ihr einfach geschweifte Klammern und könnt dann dort den Titel einfügen. Möchtet diese Daten als eine Property von einem Elternelement an ein Kind-Element übergeben, schreibt ihr einfach das Export-Keyword vor die Property und schon könnt ihr die Property als HTML-Attribut, wie ihr unten seht, übergeben. Häufig kommt es natürlich vor, dass man beispielsweise von einem Server nicht nur eine Property kriegt, sondern einen ganzen Bestand an Daten, wie hier beispielsweise so ein Array, den ich gerade schreibe, voller Produkte für den Job und die möchte man dann auch dynamisch rendern. Hierfür stellt Svelte ein Each-Block zur Verfügung. Durch diese Notation mit diesem Hashtag Each und dann dem Array könnt ihr quasi durch den gesamten Array iterieren und dann übergeben wir einfach statt hartgecodet einen Titel den Titel über diese geschweifte Klammern durch Product.Title. Das Ganze sähe in unserem Beispiel jetzt so aus. Als nächstes hätte ich gerne, dass wenn man auf eines dieser Produkte draufklickt, dass wir dann von unserer bisher einzigen Seite der Homepage auf eine neue Seite, die Produkt-Page, routen. Hierfür brauchen wir eine neue Dependency und zwar Svelte Navigator. Ist Svelte Navigator installiert, packen wir unsere neue Seite, die Product-Card, nehmen unsere Homepage, wrappen unseren gesamten Main-Block in das Router-Element. Jede Route, die dann an Navi-Geber werden soll, muss einmal in so einem Route-Objekt gerappt werden und kriegt als Pass-Attribut dann den jeweiligen Pass halt. In unserem Beispiel einmal Product und einmal einfach die Hauptseite. Als nächstes gehen wir dann quasi an den Ort, wo wir routen wollen, also dort, wo der Click passiert, importieren Use Navigate from Svelte Navigator, weisen dem eine Konstante zu und dann durch diese On-Notation können wir quasi einen Click-Listener absetzen und dort stopfen wir dann einfach unsere Navigate-Funktion rein, die dann auf unsere Route-Product verweist. So sähe das Ganze dann aus. Ein weiteres cooles Feature in Svelte ist auf jeden Fall alles, was Svelte so Richtung Animation mitbringt. Es gibt beispielsweise verschiedene vordefinierte Animationen, die Sie aus dem Svelte Transition Package importieren können. Da wäre beispielsweise die Fade, die Fly oder die Draw-Animation und die könnt ihr dann einfach an ein Element hängen, was ihr animieren wollt und das Ganze nimmt dann ein anderes Objekt entgegen, was ihr dann ein bisschen näher spezifizieren könnt. Wir ändern hier beispielsweise die Duration oder die Opacity. Das Ganze wird aber nicht automatisch beim Reinkommen, obwohl er jetzt in Doppelpunkt steht animiert. Stattdessen müsst ihr euch der On-Mount-Hook bedienen. Das ist nichts anderes außer einfach eine Funktion, die beim Initialisierung der Komponente ausgeführt wird. Und dann müsst ihr noch einen Boolean schreiben, der dann quasi innerhalb dieser On-Mount-Funktion einmal umgeschaltet wird, beispielsweise von False of True. Und dann könnt ihr mit so einem Svelte-If-Block einfach dafür sorgen, dass die Komponente eben am Anfang noch gar nicht da ist und dann durch die On-Mount-Funktion quasi erst erscheint und dann wird das Ganze auch animiert. So sähe das dann hier aus. Zuletzt beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit State Management in Svelte und zwar hätte ich einfach gerne, dass auf einen Klick in den Warenkorb dieser Warenkorb-Counter hochgezählt werden würde. Und hierfür schreiben wir eine neue Datei. Die nennen wir beispielsweise Stores.js und dort müssen wir Writable from Svelte Store importieren. Dann erstellt ihr einfach eine neue Konstante, ich nenne die halt in dem Fall Warenkorb und die Writable-Funktion kriegt einen leeren Array als Startwert. Dort, wo ihr dann quasi das Ganze hochziehen wollt, importiert ihr diesen Warenkorb, also euren neu geschriebenen Store, stellt eine Funktion, die ihr On in den Warenkorb nennt und auf diesem Warenkorb gibt es dann eine Update-Funktion. Diese Funktion nimmt da wiederum eine Array-Funktion entgegen, die den Warenkorb updatet. Ich pushe jetzt hier einfach auf den Array noch ein weiteres Element drauf, setze einfach einen lorem-y-mog-Element und diese Funktion muss ich dann einfach nur unten auf unseren In den Warenkorb-Button auch noch anbinden. Im Header, wo ich das Ganze anzeigen will, ersetze ich allererst die hartcodierte 0 durch einfach eine Property, die dynamisch gerendert wird und dann muss ich wieder den Warenkorb importieren. Nur führe ich diesmal auf dem Warenkorb die Methode subscribe aus und die ist sehr ähnlich, wie sie auch in Angular funktioniert, falls ihr das kennt und zwar führt die subscribe-Methode jedes Mal eine Funktion aus, die ihr reingibt, wenn sich der Status ändert. In dem Fall sage ich immer, wenn ein Array reinkommt, will ich quasi die Anzahl auf array.length setzen. Damit hätten wir auch alle Features jetzt beendet, die wir für unseren kleinen E-Commerce-Mock hier brauchen. Wir können mit fancy Animations auf diese Seite gehen und routen. Wir sehen hier, der Zustand ändert sich und behält sich auch bei eben, wenn wir auf neue Routen navigieren. Ja, damit bin ich durch mit dem Tutorial. Ihr findet den gesamten Code auf GitHub. Ich verlinke den GitHub-Link unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von Svelte haltet. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, ich bin raus. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.